hallo meine freundinnen und freundinnen in unterhaltung und herzlich willkommen zurück bei let's play mario kart 8 wir befinden uns wieder mal im auswahlmenü ich weiß gar nicht was wähle ich dann exciteberg stadion und ja heute soll es um handyspiele gehen bzw ich denke mal das ganze wird letztendlich auch darauf hinauslaufen dass ich so ein bisschen über free to play titel rede weil die am handy sehr verbreitet sind aber ich nehme ich bin mir schon wieder ein bisschen voraus könnte mal wählen heute ein bisschen hetzen hier wollen wir los ok ja es wird auch free to play hinauslaufen falls ihr themenvorschläge habt dann ja seid doch bloß so freundlich und schreibt ihr mir dann kann ich mir überlegen ob ich darüber mal reden will und wir werden jetzt exciteberg stadion fahren scheinbar so wie es aussieht wir haben eine perspektive auf handyspiele ist wie ich finde eine etwas besondere gerade als jemand der eigentlich jetzt noch nicht alt ist und zwar benutze ich so gut wie kein handy also ich habe ein handy ist liegt gerade sogar neben mir aber das ist halt schon sehr sehr alt das ist tatsächlich jetzt ich könnte heute geburtstag haben also ich habe es im mai 2014 das erste mal angeschalten sprich das ist jetzt vielleicht was in april es ist auf jeden fall knapp über sechs jahre alt oder um die sechs jahre alt und ja dementsprechend viele neue handy spiele laufen darauf dann kann ich noch so oft die werbung für great shadow legends bekommen by the way not sponsored und ich werde das einfach nicht spielen können das heißt welche erfahrungen mit handy spielen habe ich dementsprechend naja was war denn vor sechs jahren am handy so in ich habe sehr viel tempel waren gespielt also wirklich unfassbar viel tempel waren ich habe irgendwie keine ahnung mehrere millionen goldmünzen auf meinem account rumliegen tausende von smaragde also tempel 1 2 meine ich natürlich nicht ein 1er das ist auch so ein spiel wo nie ein dritter teil rauskam oder nur noch irgendwie so fanmade abklatschdinger wie auch immer dann 2048 habe ich gesucht to hell ich habe einmal ein 4x4 fällt komplett voll gemacht mit blöcken so dass ich dann am ende daran mehr oder weniger gestorben bin dass ich nicht mehr halt mehr blöcke da reinbringen konnte und das 4x4 fällt also das war mit ando habe ich das gemacht sonst wäre es ein bisschen zu insane und ja als minecraft noch auf dem handy lief habe ich auch ein bisschen minecraft da gespielt christell habe ich natürlich einiges gespielt aber irgendwie startet das spiel nicht mehr und ich komme leider nicht mehr an meinen account da ran ich befürchte ich so ein handy mal irgendwann booten und hoffen dass ich dann wieder in meinen account rankommen irgendwie vielleicht liegt es an meiner android version ich habe halt noch android 4.3 ich glaube mittlerweile ist es schon elf draußen neulich war zehn aktuell wie auch immer also ich habe ein sehr altes handy und die spiele die ich gespielt habe die sind schon lange nicht mehr aktuell aber man muss feststellen so viel hat sich auch gar nicht geändert seitdem glaube ich jedenfalls ja nicht so viel hat sich glaube ich nicht geändert candy crush spielen bestimmt immer noch viele leute das war damals auch schon so was war da noch ist auch irgendwelche anderen großen spiele ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht also clans versus zombies hat neulich mal wieder ein kumpel von mir gespielt clash of clans war damals schon in okay clash of clans ist glaube ich gar nicht mehr so in aber clash royale ist immer noch in glaube ich das ist auch schon ewig alter spiel mittlerweile und ansonsten halt komische handy versionen von spielen die eigentlich am pc sind wie zum beispiel warte mal gibt es fortleid mittlerweile fürs handy park g gibt es auf jeden fall fürs handy ja ich denke mal sowas ist aktuell pokémon go habe ich übrigens schon nicht mehr spielen können auf meinem handy aber ich wollte letztendlich auf handy spielen hinaus also was mag ich an handy spielen was mag ich nicht an handy spielen super mario run habe ich auch noch gespielt aber nicht viel weil das hat gelaggt auf meinem handy was habe ich gespielt auf meinem handy das habe ich schon erzählt was mag ich an handy spielen ich finde die spiele auf einer seite gut weil sie halt ja passend sind um mal eben ein bisschen zeit im wartezimmer zu verbringen oder sowas oder an der bushaltestelle ja dass da dafür sind sie ganz angenehm allerdings was ich da nicht so sehr mag an handy spielen ist zum einen die steuerung ich mag touch spielen einfach nicht ich mag knöpfe ich will knöpfe haben es klingt mega dumm und ich habe jetzt eben erzählt wie sehr ich manche handy spiele gesuchtet habe ja aber nichtsdestotrotz ich bin kein großer fan von touch screen ja ich weiß ich habe ein ds ich habe auch eine wiu aber auf der spiel ich ja gerade sogar ich mag ich mag trotzdem touch screen ich will einfach dieses haptische feedback haben dass ich einen knopf gedrückt habe und mich nicht auf meine muscle memory verlassen müssen dass ich an die richtige stelle einer glasfläche tippe dann mag ich an touch screens nicht dass sie irgendwie ständig verschmieren schnell das ist eigentlich ziemlich eklig wobei sind wir mal ehrlich bei tastaturen ist das auch so das sieht man nicht so sehr ja ist keine ahnung ich mag einfach diese ich mag die ganze haptik davon ich liebe einfach tastaturen die sache warum ich das so sehr mag ist ich will oder warum ich das spiel nicht mag ist halt ich will das gefühl haben dass wenn irgendwas laggt oder sonstwas dass ich dann immer noch eingaben machen kann auch wenn das system gerade nicht ganz so stabil läuft sage ich mal und bei touch screen ist die eingabe halt immer davon abhängig wie flüssig die ausgabe ist und keine ahnung bei einer tastatur den klammeraffen griff da an der seite steuerung shift escape den kann ich immer drücken da muss nicht unbedingt auch wenn der pc sich noch so aufgehangen hat ich kann die eingabe tätigen und weiß dass dann irgendwann halt ich rede gerade über den ladebildschirm egal dass dann halt irgendwann die eingabe angenommen wird bei einem handy ist das halt ja meins hat noch knöpfe also den anschalter zumindest den lautstärkeregler gut den haben die handys immer noch aber ich habe sogar noch eine home taste und was mein s3 auch noch hat ist die zurück taste und die task nein nein das ist nicht die task manager taste bei mir ist es noch die die wie heißt verdammt die diese options taste dieses kontext wenn ihr öffnet so was wie ein rechtsklick das finde ich auch dumm dass es in den neuen androids der task manager ist auf einmal ich weiß gar nicht was macht der mittlere knopf dann neuen android ich habe keine ahnung ok können wir gerne beantworten ich habe wirklich keinen plan auf jeden fall was ich an handy spielen mag ist wie gesagt man kann zeit mit ihnen ein bisschen verbringen was ich dann nicht so sehr mag ist halt eben ja diese ganze free to play aspect also ich habe grundsätzlich jetzt erstmal nichts gegen free to play ja nur um das mal klar zu stellen ich habe nichts gegen free to play auch nichts gegen for to play ich habe nichts gegen free to play weil es ist verständlich ich will auch nicht ein 60 euro spiel auf meinem handy kaufen das ist absolut bescheuert wenn das ein spiel ist was mir nicht so wichtig ist weil ich es eben nur mal eben spiele um mir zeit zu vertreiben ich will nicht viel geld für dieses spiel ausgeben das verstehe ich vollkommen zehn euro maximal für ein handy spiel ich glaube minecraft habe ich mir sogar für genau zehn euro gekauft damals auf dem handy aber recht viel mehr will man dafür nicht zahlen und die meisten leute wollen halt eben gar nichts sagen weil die meisten leute auch das thema hatten wir vor ein paar folgen schon mal eher cashwirt sind und nicht so die core gamer von daher völlig verständlich dass diese spiele nichts kosten aber ich mag diesen ganzen diese spiele nicht die einen dazu dann drängen dass man was zahlt man das ist logisch das mag wahrscheinlich niemand ich mag spiele wie super mario run die einen einmal mehr oder weniger zehn euro zahlen lassen also nicht mehr oder weniger es waren einmal zehn euro und dann kann man das ganze spiel spielen das ist das spiel kostenlose installation war quasi nur die demo und dann wurde man gefragt hey willst du das eigentlich weiterspielen wenn ja dann zahl ich zehn euro das ist das finde ich in ordnung so ich muss mal etwas trinken weil ich kriege dort ohne punkt und komma aber was mir dann halt nicht gefällt sind diese spiele die entweder auf offensichtliche art und weise einem geld abluchsen wollen oder halt dies so richtig hinterlistig machen und was ich auch nicht mag sind die spiele und da gehört grundscher weise temple 1 2 dazu was ich auch ewig gespielt habe aus genau dem grund ist so spiele die daily streaks geben sprich du musst dich einmal am tag einloggen oder ja doch einmal am tag einloggen und dann bekommst du was und dann gibt es verschiedene varianten wenn du dich mehrere tage in folge einloggen bekommst du immer bessere sachen oder die sachen sind immer nur limitierte zeit da und deswegen musst du möglichst oft dich einloggen oder möglichst vielen verschiedenen tagen in einer gewissen zeit einloggen sowas mag ich nicht dieser das ist einfach so ein billig hergestellter zwang zum spielen ich will spiele spielen und das ist auch irgendwann der grund gewesen warum es bei tempel von 2 warum ich aufgehört habe weil es mir einfach irgendwann gelangweilt hat und auch nichts neues mehr kam zudem ich hatte dann irgendwann alles weil die rotation einmal durch war oder sowas an items die man bekommen konnte auf jeden fall ich will nicht spielen weil ich irgendwie gezwungen werde vom spiel ich will spielen weil ich spaß habe auf das spiel und das regt mich halt auf und dann letztendlich guckst du einmal am tag rein dann planst du das in deine routine ein dann planst du dein leben darum so ein stück weit dass du dieses eine spiel einmal am tag spielst und es entsteht einfach so in zwang und keine ahnung das mochte ich irgendwann nicht mehr dass das regt mich halt mega auf bei bei handyspielen das irgendwie die voll oft haben dass wir dieser daily street ist so einmal ja keine ahnung dann vor allem worauf ich auch noch hinaus wollte dann schaust du da einmal am tag rein ja dann bleibt das ja aber nicht mal kurz bei einer runde sondern so wie ich mich kenne eskaliert das dann nicht sitzt eine stunde vorm handy und hätte in der zeit eigentlich etwas ganz anderes tun können und sollen es ist halt wogegen ich übrigens auch nichts habe ist so viel to play spiele wie warframe was ich ja auch mal eigentlich recht lange gespielt habe aber nie wirklich verstanden ich habe es immer nur mit freunden gespielt sagen wir es mir so habe ich dann auch irgendwann mal zehn euro ausgegeben weil die inventarplätze knapp wurden irgendwo aber das das hat mich nicht gestört ich habe macht ich habe 180 stunden spielen können bevor ich mal zehn euro ausgeben konnte und ganz ehrlich dass das finde ich okay das finde ich okay die haben mich 180 stunden spielen müssen auf ihren server ich musste nichts dafür zahlen dann habe ich mal zehn euro ausgegeben um mir in den tatplätze zu kaufen was vollkommen in ordnung war ich mochte das spiel auch irgendwo als ich so gerne aber die zehn euro die konnte man schon mal dafür ausgeben sowas finde ich dann auch in ordnung aber halt spiele die einem ständig durch irgendwelche mini rewards oder was ich auch ein handy spielen mega hasse ist so spiele die die leben haben candy crush fällt da glaube ich drunter die geben dann einen irgendwie leben und dann kannst du immer nur so eine gewisse zeit spielen oder so was hast du mal unendlich leben ich mein was soll der scheiß wenn ich spielen will dann will ich spielen gibt mir leben das regt mich halt mega auch sowas ja und im grunde genommen das war's mit dieser folge ich habe glaube ich auch nichts mehr zu sagen falls doch schaut man in die beschreibung vielleicht steht da noch was was mir eingefallen ist nach der folge das war's auf jeden fall mit dieser falls ihr es hier im vorschläge habt schreibt ihn mir bis zum nächsten mal tschüss lauter haut rein euer anonymenos